hey freunde willkommen zurück auf meinem kanal dennis hier a.k.a fraganz doch der einzig wahre und erreichte fraganz doch ja jetzt gesehen 22 top sommer dürfte die zeige ich euch heute diese 22 dürfte sind unschlagbar und gehören zu den besten sommer dürften die es gibt ich habe eine große sammlung ich werde bestimmt einige vergessen haben aber diese 22 sind nice ich mache jetzt keine top 22 weil das werden auch ein bisschen zu schwierig aber wir fangen jetzt mal bei den ersten an louis etang imagination ja ein hammer geiler sommer duft einfach erfrischend kühl zitrisch sehr viel zitrone und einfach sommerlich geil so gleich vorweg es ist nicht after nun swim in den 22 wollte ich auch sagen ja sagen wir trotzdem top 22 ist er nicht bei weil er ist einfach noch besser gibt mehr komplimente und die frauen lieben ihn und er hält einfach gut das ist auch ein guter oder ja ein gewaltiger punkt gegenüber elfter nun zum imagination von louis etang ja so der nächste search of kobe kobe muss einfach rein das ist ein duft für die männer männlich würzig krautig gefällt mir richtig gut auch bei heißen temperaturen geht dieser duft richtig gut bergamotte ich sehe gerade dass der flakon ein bisschen beschmiert ist wenn man sonnencreme benutzt ja hat man das problem auch hier zitrisch lavendel und so weiter drin kobe muss in einer sammlung sein kann man eigentlich auch gut anfangen wenn man das erste mal oder noch kein search of duft hat am anfang ist es wenn man ihnen das erste mal riecht muss man sich daran gewöhnen aber dann absolut nice da liegt die betonung auf nice wieder doch immer so schön sagt so der nächste terry mugle amen collection ultras ist ja den gibt es leider nicht mehr trotzdem muss ich ihn reinnehmen orangeneis sagen immer viele ja wenn so ich habe ja mal gesagt wenn so orangeneis schmeckt da will man sich essen aber als duft richtig schön süße orange lecker im endeffekt ja orangeneis aber er riecht vielleicht so aber schmeckt nicht so viel war sehr sehr nice wer den noch bekommen kann und sollte zuschlagen wird schwer aber das ist ein hammer starker geiler begleiter super hyper kite im sommer also das ist wirklich von aller feinsten soll der nächste ist auch orange und zwar orange flamingo von mark gebauer ja einfach frische wäsche orange frisch hält ewig hält ja 15 stunden obwohl das letzte mal aber ich habe da so geschwitzt da hielt er nur acht ich war schon entsetzt aber normalerweise ist das auch in bei kalten temperaturen sehr sehr nice aber darum geht es nicht es geht hier um sommer mark gebauer's orange farmingo so oft vorgestellt und ja so der nächste komplimenten monster aventus cologne von quid absolut komplimente ohne ende das ist im endeffekt die dna von aventus plus pur arm von versace also versace pur arm nur irgendwie noch mit eigener dna und deswegen kann man das nicht zusammen übereinander springen trotzdem richtig so anders es ist überhaupt keine anderen das trend aber trotzdem hat man diesen flair vom original aventus aber der kommt viel besser bei frauen an und ist ein komplimenten monster ohne ende so der nächste tiziana trenzi telea ja das ist ein duft der erinnert mich immer an früher ich weiß immer noch nicht was aber dieser duft jahre ist auch synthetisch muss man sagen sprühe katastrophe ich sage das einfach der sprühe muss besser ich hoffe das wird in zukunft besser gemacht der preis ist natürlich ja ob man das haben möchte ja mit den seestern hier es ist ganz cool gemacht aber der duft hält auch ewig riecht schön richtig auch cremig frisch und ja ein strand duft wie ein buche steht im endeffekt auch wenn ein bisschen synthetisch ist so jetzt kommt der strand duft nummer eins es ist so warm hier heute wieder ja jils anders an man das ist der beste es ich muss mal gucken der günstigste duft überhaupt aber es ist so geil das ist wirklich strand sonne body lotion sei schon sonnencreme hier habt ihr habe ich auch ein 200 ml der geht einfach am besten geht allerdings nicht wenn es ganz so heiß ist sondern bei 20 grad mit sonne dann ist er fast noch perfekt aber wie gesagt er geht auch wenn es heiß ist am strand so und so also jils anders an man muss sein so der nächste mfk ja gently fruity der muss auch sein das ist eine erfrischung pur hier riecht euch wieder der ganze raum einfach eine kühle wie wasser wie kühles wasser was auf sich übertreiben ich wollte lassen wir es einfach so stehen einfach wie kühles wasser erfrischend blumig auch ein bisschen finde ich leichte fruchtig nicht so süß absolut geil sehr geiler duft so der nächste ja tom ford wtv oder parfüm wenn ihr ein wtv duft haben wollt dann ist er im sommer wirklich nice ich habe jetzt nicht den besten also der beste wtv duft ist von golönen der wtv aber das ist nicht für jedermanns der ist noch ein bisschen ja gefälliger und ein bisschen frischer und deswegen ist es sehr nice auch für leute die nicht so gern vielleicht wie tv er dürfte mögen der beste bleibt aber der ist sehr gut da muss ich nicht zu viel sagen es ist ein frischer erdiger duft richtig schön so dann haben wir ein hammer geilen duft für mich ich habe einen short video dazu gemacht noch nicht so lange her für mich der einer der besten sommer dürfte überhaupt und vor allem einer der besten dürfte der letzten jahre ist 2020 rausgekommen was heißt der letzten jahre also zwei jahre mit einer der besten kopfnoten die es gibt mit ingwer und eukalyptus zur absolut zerstörung pur richtig nice artkinson 44 jahre street das ist eine kopfnote leider hält er nicht so lange sechs stunden aber für 100 ml aus dieser region sag ich mal der luxus dürfte ist mit 110 euro diese kopfnote dieser ingwer der da ist ja richtig ihr merkt richtig ingwer eukalyptus nur im hintergrund und das geht das zieht sich durch die ganzen sechs stunden der ist absolut genial also im sommer holt euch diesen durch der wird schon so also auch ein geiler flakon finde ich das ist viel zu wenig aufmerksamkeit hat diese duft hammer duft hammer geiler duft ich schwitze hier es ist heiß in hamburg aber wir haben sommer so ist das ich will auch nicht immer hier die klimalager hoch reißen naja so der nächste ja das ist ein duft da habe ich überlegt nämlich in rein für mich ihr kennt ja tom ford habe ich als erstes gefallen wir feiern das immer noch so logic zoologis wie auch immer feiere ich immer noch search of meine lieblingsband aber sie glaube sie wird jetzt abgelöst profumo roma aquari zu kero zucker und wasser heißt das ach ich könnte jetzt wieder abschweifen das ist erstmal ein familienunternehmen und die sauberste mark in game was heißt das die möchten einfach nicht dass das irgendwo billig oder immer runter gesetzt wird er wird gar nicht runter gesetzt du kriegst diesen duft wie er ist und punkt ihr bekommt immer ein travel zerstäuber mit der ovp und so weiter ich könnte jetzt so viel ich werde über den duft noch mal ein einzelvideo machen ölanteil heftig wie monster im bies muss alles und dieser duft zucker und wasser süßlich sehr süßlich orange heftige orange aber eine zerstörung für die nase eine einige in der explosion einer der besten dürfte und jetzt hört zu er wird wahrscheinlich naxos nexus wie auch immer von serzschaft oder hat er überholt das ding ist ich feiere das auf den klamotten lasst die das wenn ihr drei sprühe nimmt auf den klamotten zwei wochen liegen lassen ihr braucht euch nicht ein dieseln hier ich werde diesen duft unten verlinken und da holt ihn auch ihr kriegt erstens eine super geile ja sag ich mal beratung wenn ihr anrufen gibt wirklich es ist hammer oder geht vorbei bei der pfiffer marie und wie gesagt unten verlinkt schaut mal rein dieser duft also ich es werden mehrere dürfte von dieser mark ich kenne noch einige in meine sammlung wandern das ist pure endstation komm also profum und roma so der nächste mercedes bands cologne schwer zu bekommen dann manchmal wieder da dann wieder nicht ist auch egal aber dieser zitrische sauber duft geht im sommer und ja ich sage sagte vorhin übrigens dass der hier na sag schon jils handel der günstigste ist der war auch mal sehr günstig mit 19 euro nur jetzt 119 euro so nach dem motto aber dieser zitrische riecht wie das die ohr am cologne so identisch einer der besten dubs liegt wirklich eigentlich fast ja gleich das habe ich schon wenn du testes eins zu eins hat man das nicht aber dieser duft mercedes-benz cologne auf jeden fall sehr sehr geil so der nächste ist rosso pompey von tiziana trent sie ja auch der die blumigkeit einer haltbarkeit ohne ende leichte haarspray note viele haben und da geschrieben lasst das mal den herrlinger haarspray note das ist nicht negativ gemeint l'oreal zum beispiel das goldene haarspray ist mit das das bestverkaufteste der welt das benutzen die damen ja nicht ohne grund das geht auch darum dass es ganz ehrlich bei daumen auch es geht um den geruch auch und ihr habt ihr das blumigkeit ist auch frisch leichte süße sehr genial bomben haltbarkeit gehört auf jeden fall in sommer in jede sammlung so der nächste deutsche amafi casamorati so und das ist ein duft wie ein buche steht ihr sitzt in italien oder sitz in grüße gehen raus wie immer absolut nice geiler flackern schaut euch an ja hier ist quitte drin soweit ich weiß das merkt man auch und dann die leichte süße die frische das cremige sommer pur also das ist auch wenn ihr als wenn ihr sommer oder als sonne genau sonder aufsprüht richtig geil deutsche amafi passt einfach perfekt zu italien der nächste der nicht fehlen kauf ist job um eis jedes mal ihr der fällt unter dem radar ihr braucht den aber frische süßliche geht in die vintage version finde ich und dann die flaume einfach lecker auch gute haltbarkeit mann holt euch den der feld der der läuft immer unter dem radar sehr geiler duft absolut hammer nice von job so dann haben wir ihn hier versace pur da haben wir ihn es ist heiß ich wiederhole es noch mal ja den muss man einfach einer sammlung haben und es gibt kein wirklich außer vielleicht paar die den nicht mögen der eck nicht an ihr könnt ihm ein sport tragen egal sommer auch im winter das ist einfach ja aquatische kühle frische und sehr sehr nice mit eigentlich sogar eine guten halbbarkeit also ich habe mit diesem duft kein problem deswegen habe ich habe ich noch ein 200 ml richtig geil allerdings sind die die gar für günstig sind auch die versace es wird jetzt alles teurer aber da kann man nichts machen der lohnt sich auf jeden fall versace so der nächste der nächste ist deutsche gabana da habt ihr einfach ein hammer geilen barbershop duft von aller feinsten leicht minzig finde ich ihn und cremig und ihr kennt ja barbershop dürfte muss man eigentlich nicht viel zu sagen zu barbershop durch einfach sauber klar clean fühlt euch wie als wenn ihr wie gesagt frisch rasiert seid und so weiter und denn oder was sie auch immer gemacht auf jeden fall barbershop duft ist einfach ein sauber mann duft immer es gibt bestimmt welche die nicht so gut sind aber bis jetzt kenne ich keinen unbedingt schlechten barbershop duft aber das ist einer mit der besten zur der nächste olfaktiv studios der live so und da bleibt das leben so nach dem motto stehen und es ist ruhig und da habt ihr ein ja einen sehr frischen und auch eistee duft würde ich schon sagen es ist wirklich sogar sei geil das ist einfach ist und aussprühen und lecker und dieses haus ich habe ein langes video gemacht mit meiner frau schaut mal rein über alle dürfte von olfaktiv studio leider fällt auch die und dann radar aber dieser duft ist hammer nice ab sogar übrigens alle dürfte alle dürfte schaut das video an hier habt ihr einen wie gesagt eistee duft von allerfeind richtig erfrischen sehr geil so der nächste darf natürlich nicht fehlen aqua de geo profumo das ist der einzige aquatische duft der schön mit weihrauch unterlegt ist das muss man erst mal hinkriegen aber alberto moreos hat das natürlich hingekriegt und das ist eine legende mehr muss ich damit zu sagen er hat jetzt allerdings keinen magnetverschluss mehr glaube ich also nicht verzweifeln denken das ist fähig nein das haben sie weggenommen hier ist noch der magnetverschluss sehr geil also wirklich aquatisch und weihrauch sehr sehr nice geiler duft so dann haben wir noch ein deutscher gabbana light blue forever und das ist eigentlich ein duft komplett great food komplett great food wenn es richtig warm ist so wie heute passt der perfekt ja ihr spürt drauf und habt nur great food die ganze zeit und das ist richtig geil einer der besten designer dürfte auch der letzten jahre für den sommer oder parfüm sehr geil deutscher gabbana leid du solltet ihr auf jeden fall mal auf dem schimmer ich habe die neue version italien love kenne ich nicht habe aber gehört soll ähnlich sein deswegen heißt sie nicht ob das so sein muss auf jeden fall hier light blue forever ein sehr sehr geiler duft so und die beiden letzten kommen aus dem gleichen haus und zwar einmal allure um blanche edition und das original allure sehr geil einer der auch sehr weit unterschätzt aus der reihe also dieser duft das ist ein gentleman duft holzig frisch und hier habt ihr ein zitronenkuchen zum ausspringen die dürfte von chanel müssen auch im sommer sein und ich schwitze ihr seht es ich öle wie man sagt das licht macht natürlich auch nicht besser und diese beiden dürfte solltet ihr auf dem schirm haben vor allem auch mal das original holt euch wirklich mal das original das ist wirklich sehr sehr nice so leute bevor ich hier weiter öle das waren meine oder das sind die einer der vielen die ich habe aber die 22 besten sommer dürfte dies so weit gibt sehr sehr nice ich werde bestimmt und das ärgert mich einige bestimmt vergessen haben es gibt so viele und daher aber ja mit denen könnt ihr eigentlich im endeffekt nichts falsch machen also leute reinhauen und bis zum nächsten mal